hallo freunde da sind wir schon wieder beim nächsten video heute stelle ich euch die mauser sp66 vor wie versprochen schon in einem anderen video und ja wir schießen einfach mal von hier wir schießen nur auf zombies ich kann euch auf jeden fall die daten noch mal unten reinschreiben beziehungsweise blende ich hier rechts ein bild ein dass ihr euch angucken könnt und aber erst also wir schießen erst und dann blende ich das bild ein dann könnt ihr euch die daten noch mal in ruhe durchlesen ich kann nebenbei ein bisschen was sagen ihr habt 600 meter range mit dieser knarre ich kann mal kurz schießen so luft anhalten mit shift und dann so einfach ist er weg zack da zieht doch aus den schuhen gehauen also erstmal locker aus den latschen kippt und ja jedenfalls 600 meter range habt ihr damit ihr könnt winchester magazin mit dieser knarre benutzen mit der mauser ihr könnt was könnte noch drauf machen ihr könnt black water long range drauf packen ein swiss cope könnt ihr drauf packen alles mögliche es steht auch dass ein bis zwei shots also zwei body shots also das heißt schüsse in den opa körper denke ich mal oder allgemein in den körper sind tödlich aber die damage ist 105 prozent also ich würde sagen wenn ihr mit einem schuss wirklich über der götterlinie trefft ist er tot also im pvp würde ich auf jeden fall mal behaupten und das wird auch so sein denke ich mal also so ein bisschen wie eine m107 hat die die durchschlagskraft muss man zu vergleichen ich finde die mauser persönlich ziemlich rar also ich habe es selten gefunden das ist auch meine einzige muss ganz ehrlich sagen so wir laufen mal ein bisschen wir laufen mal ein bisschen weiter weg wir machen das mal ein bisschen spannend 600 meter ich kann ich habe kein rage finder mit sonst hätten wir das mal kontrollieren können das geht doch noch weiter das geht doch noch weiter das kriegen wir noch weiter stellen wir uns mal hier hin so ja das war kein kopfschuss also man müsste vielleicht ein bisschen höher zielen versuchen wir das doch gleich mal am nächsten ok der war zu hoch also mit dem sniper habe ich noch nicht so ihr seht das gerade so jetzt aber komm ja ich trafen aber nicht tot ok wir haben noch zwei schuss mehr habe ich leider nicht mitgenommen das bild werde ich euch denn einblenden wenn ich es nicht schon eingeblendet habe ich werde es mal sehen aber das kriegen wir hier oder der zuckt aber auch nur das gibt es ja nicht das gibt es nicht jetzt könnt ihr noch mal eine third person sehen die mauser klasse teil wenn ich mal richtig treffen würde das war die mowser schöne scope auf jeden fall klick klick macht nur noch das war's mit dem magazin ich wünsche euch noch viel spaß auf meinen channel und dann sehen wir uns macht es gut tschüss Vielen Dank.